Gestrichen die verworfenen Entwürfe sind in der Infobox deutlich zu erkennen. Foto. HK der Wettstreit um das neue Wohn- und Geschäftskarré am Altenmarkt geht in die nächste Runde. Innenstadt, die Potsdamer Mitte könnte einen neuen Veranstaltungssaal oder ein schmales Musikhaus erhalten. Die Entwürfe für diese Ideen sind im Wettbewerb um das Baurecht für das neue Wohn- und Geschäftskarré am Altenmarkt eine Runde weiter. Insgesamt konkurrieren damit für die neun auf dem historischen Stadtgrundriss geplanten Häuser des Block 3 noch 23 verschiedene Entwürfe. 14 andere Angebote sind vom Tisch. Das ist das Ergebnis einer zweitägigen Sitzung der mit Stadtverordneten und Bauexperten besetzten Jury, die bis März entscheiden soll, wer das Grundstück der im Abriss befindlichen Fachhochschule, FH, bebauen darf. Der kommunale Sanierungsträger, eine Tochter der Bauholding pro Potsdam, präsentierte die Zwischenergebnisse am gestrigen Freitag vor Journalisten. Schon jetzt zeichne sich ab, dass in der Mitte ein lebendiges Quartier entstehen werde, lobte Baudezernent Bernd Ruppelt, parteilos, die bisherigen Ideen. Die verbliebenen Anbieter seien nun aufgefordert, ihre Entwürfe bis März rechtsverbindlich zu konkretisieren. Dazu würden auch konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht. Der Anspruch für das Carré sei nicht die Barockisierung, fügte Ruppelt hinzu. Nach Protesten gegen den FH-Abriss hatte die Stadtverwaltung entschieden, anders als bei den vorigen Vergaben an der alten Fahrt die Baugrundstücke nicht zum Höchstpreis zu verkaufen und bei der Auswahl die künftige Nutzung deutlich stärker als zuvor zu gewichten. So erhält mehr Punkte, wer zum Beispiel Sozialwohnungen mit einplant oder öffentliche Nutzungen. Ein Beispiel ist das erwähnte Musikhaus, das auf einem schmalen 165 Quadratmeter Grundstück in der künftigen Schwertfegerstraße 11 entstehen könnte. Der dortige Investor, die Angebote sind allesamt anonymisiert, will in das Haus diverse Probenräume einbauen. Für Wohnungen sei das Gebäude wegen der geringen Giskossfläche dagegen weniger geeignet, heißt es in dem Konzept. Ein weiterer Clou, die Fassade des Musikhauses soll die charakteristische Wabenstruktur der FH zitieren. Dieser Entwurf konkurriert jetzt noch mit zwei anderen Ideen, die dort unter anderem Wohnungen, Büros und auch eine Galerie vorsehen. Beworben für alle neun Grundstücke hatten sich auch die drei größten Potsdamer Genossenschaften, etwa die Karl Marx. Deren Vorstand Bodo Jablonekse sagte auf PNN-Anfrage, einer der drei Entwürfe seiner Genossenschaft sei abgelehnt worden. Damit gehen wir nun sportlich um. Man werde nun an den verbliebenen zwei Entwürfen arbeiten, um die Jury davon zu überzeugen. Unter anderem hatten die Genossenschaften angekündigt, am alten Markt mit Fördermitteln auch Sozialwohnungen bauen zu wollen. Vor Ort waren am Freitag auch Vertreter der Bürgerinitiative, Mitte Schön, die schon vor der Auswahlkommission jeden Entwurf einzeln bewertet und bereits 17 Ideen abgelehnt hatte. Mehrere dieser kritisierten Entwürfe seien tatsächlich auch nicht mehr im Rennen, freute sich Mitte Schön-Sprecherin Barbara Kuster. Nun könne nachgearbeitet werden, etwa bei den vielfach zu hohen Fenstern. Nun kommt es auch nicht mehr in den Krimpäinberg, oder vermiedert. Nun ist es auch nicht mehr in den Krimpäinberg, die ich auch nicht mehr in den Krimpäin geändert hatte. Nun kann es nicht mehr in den Krimpäin geben. Aber dann wäre er noch nicht mehr in den Krimpäin geworden. Jetzt sind wir wieder mit den Krimpäin geworden. Vielen Dank.